Ja, ein Energiebündel, sehr konstruktiv, auch sehr, wie soll ich sagen, ab und zu ohne gross zu überlegen, raus mit der Sprache, man weiss eigentlich sofort, was das man ist. Ich schätze, dass es eigentlich auch wirklich sehr direkt ist, sehr nicht irgendwie abgehoben, wo nicht irgendwie bald der Star ist, sondern einfach wirklich mit uns kommuniziert auf einer guten, auf einer Gleichwebne, oder? Also, wenn der Olive Bären ginge, der würde sich da sehr rasch eigentlich bemerkbar machen, einen Namen machen, ganz sicher, oder? Die Seite gefällt einem auch, oder? Wenn ich meine Boys, wie die Frickern oder die Juckern lüge, dann wird das Grinsen von morgens am Abend im Kopf, oder? Also, sehr soffes Buch, impulsiv, Schnelldeicher, sehr breit interessiert, auch gleich auch sehr, sehr kameradschaftlich, sehr sozial. Und nachher von anderer Seite ist das natürlich eine Firma, die seit jeher wirklich den Leuten gut geschaut hat, entwickelt hat, den Leuten Sorge hat gehabt. Nun gehört vom Einbau, da arbeitet ihr irgendetwas Schlechtes über die Firma, wirklich nicht, oder? Und das ist natürlich schon auch dank der Feierung, auch dank der Eintrigen Feierung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017